Der ist in der Strecke. Du darfst maximal acht Haltestellen haben. Ja, es sind acht Haltestellen. Scharfwetter fehlt. Habe ich drei. Mindestens. Hauptbahnhof ist mit drin. Steineck und acht Haltestellen. Und der Fahrer muss rein. Nee, nee, der Fahrer muss nicht rein. Fahrer muss da nicht rein. Nutzte Fahrer, um auf einer Strecke mitmachen, maximal acht Haltestellen. Ja, aber das... oder... warte mal. Stimmt. Okay, wasser? Die Fahrer muss reinpacken. Doch, stimmt, ja. Wollen wir das mal so? Man sollte die Aufklärung auch ganz lesen. Ja, aber normalerweise ist erst mal, mach erst mal die Strecke und dann komm. Wird ja trotzdem so angezeigt. Ja, ja, weil du musst die Strecke auch erst mal fahren. Also... Sonst macht er ja keine... Ja, aber für gewöhnlich wird es ja trotzdem angezeigt, ne? Ja. Also... Das heißt, wir fahren jetzt alle bei Fötchen mit? Nö. Nee, ich kann die anderen Strecken auch machen, dann können wir alle einzeln fahren. Oh, das ist die zwei... doppelte Kreisverkehr! Jaaaa! Dann werde ich mein Knie nämlich ein bisschen ausruhen. Äh... Du kannst ja mitfahren. Sie gibt 17 Minuten. Was? Okay. Warte... warte aber noch kurz. Und das 17 Minuten ist ohne Rundfahrt, ne? Wartest du noch kurz? Ja, ja. Ich hab's gut gesehen. Äh... Fällt dir noch ein Streckennummer ein? Äh... Was haben wir denn alles? Oder warte, zu den Todespfoten können die... Todespandas? Oder... Irrenpandas? Todespambus. Todespambus! Genau! Todes... Bambus of Death, ey. Bambus. Ey, das ist auch gut! Bambus of Death. Okay, merk dir das mal. Dann musst du aber Bamboo schreiben. Weil das ist Englisch. Bamboo? Ja. Bambus ist ja doch... Deutsch. Ja. Fotos beim Bus. Willst du etwa Englisch machen? Ja. Okay. Ja. Hast du fein gemacht? Was hab ich fein gemacht? Papa, ich bin verwirrt. Oh mein Gott, es gibt aber ja sowieso vier Strecken. Oh, das wird so schön. Okay, dann mach ich erstmal die mit Sachs 7 noch. Ähm... Also Hauptbahnhof soll da auch wieder mit rein. Shoba Grounds. Ja, genau. Mach am besten erstmal zwei, weil so viele Fahrer haben auch gar nicht und so viele Busse... Na, obwohl... Shoba Grounds. Shoba Grounds. Äh, das Sägewerk. Und dann... Danke schön, Kitty, für den Follow! Danke. Speichen des Business-Parks. So. Willkommen im Bambuswald. Danke schön. Was ist das? Das hab ich auch noch übrig. Hehehe. Ähm... Danke für den Stop! Willkommen bei den Königspandas! So. Feinab benutzt für den Wunder. Ja. Danke schön. Okay, was willst du fahren? Äh... Welche Strecke gibt's? Die geht länger? Äh... Wahrscheinlich... Ich nehm die 7, die geht länger. Okay. Im Rundfahrt, ja? Ja. Rundfahrt. Okay. Hoch. Nehmt du Kitty mit? Ja, nehm... Wer nimmt mich mit? Der nimmt die Katzen mit. Ich kann dich mitnehmen. Yay! Warte, lass ich einmal kurz zurück. Äh... Koop-Fahrt. Mitkommen. Was ist das das? Ich höre einen Wolf. Äh... So... Wo ist ein Wolf? Was? Ja. Hyrod. Also... Ja, ich höre deinen Stream nicht. Hallo Hyrod. So, Bus wählen. Hallo Kitty. Hallo. 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 Jetzt wollen wir nicht mehr um die Fahrkarten kümmern. Geil. Du nimmst mir einen Job ab. Nächster Halt. Hauptbahnhof. Oh, schön. Äh... Tut mir leid, habe ich es nicht eher geschafft. Alles gut. Alles gut. Es hieß ja sowieso, 17, 17, 30. Das hast du, äh... Bis jetzt geschafft. Lange nicht gesehen. Ja, kommen sie rein, kommen sie rein. Wir machen jetzt nur noch diese Fahrt zu N und dann kannst du reinspringen. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ey, du eigentlich ist gut. Wir haben ja, äh, plus minus halbe Stunde eh immer eingerechnet. Oder Mappa besser gesagt. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Wo geht denn alle hier? Irgendwie erinnert mich das genau an diese Strecke, die ich letztes viermal fahren musste oder dreimal. Ich weiß gar nicht warum. Weil mein Stream-Stime abgekackt ist? Ja. Ah. Boah. Es fängt dann mit dem Jabbau währenddessen. Äh, okay, da bin ich ohne Grund gef- Grund gefahren, als würde ich gejagt werden. Ja! Ich habe dir aber die Liste geschickt. Du wusstest, dass du dich nicht beeilen musst. Zimmermanns Tor. Hauptbahnhof. Mit den Zeiten. Oh, äh. Plus minus halbe Stunde hatten wir immer mit drin. Nächster Halt. Zimmermanns Tor. Hauptbahnhof. Also wie gesagt, wir fahren die Fahrze zu Ende, dann gehe ich ganz schnell Pipi machen. Dann kannst du mit reinhüpfen. Dann lade ich dich direkt ein. Hier, bitte. Hier. Ich brauche einige Fahrkarten. Tickets. Tickets. Ja, hier, zwei Tickets. Sie haben meine Fahrkarten schon. Sie haben meine Fahrkarten schon. Sie haben meine Fahrkarten schon. Danke. Schön, ich brauche mir die Juh Fahrkarten. Ich bin immer nicht bisschen happy. Nächster Halt. Schienenlegerstrahlen. Ich bin dann nämlich so faul, was das angeht. Verstehe ich gar nicht. Ist wie, als wenn ich Phasmophobia spiele, dann bin ich auch meistens Operator. Ja, dann ruhig. Gott, ist das entspannend. Aber Hybrid, wir haben schon die perfekte Strecke für dich. Die hat sich Ryan von dir gewünscht, dass du die fährst. Im Rundweg, also Rundfahrt. Oh ja. Also, ne? Ryan hat sich da schon was Schönes für sich ausgesucht. Oh ja. Ach, das wird schön. Oh je. Das wird teuer, Leute. Ja. Nein, Mozi hat einen Fisch gefangen. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Warum nennen sie eigentlich alle ihre Katze Maunzi? Haben die keine anderen? Maunzi sogar. Maunzi, okay. Ja, Entschuldigung. Maunzi. Ja, keine Ahnung. Das ist alles ja jedenfalls los. Ich merke das schon. Alles eine Familie. Ach du grüne Neuner. Die Familie möchte ich aber nicht kennenlernen. Was? Ja. Die ganze Stadt einfach eine Familie. Scheiße. Äh. Danke. Ich brauche einen. Wir haben einen Schwarzfahrer. Juhu. Guck, die Bromini so kümmern. Die ist so schön. Haben wir schon gesagt, dass ich mich freue, dass Kitty hier bei mir die Fahrkarten macht? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Wo ist mein Mitfahrer? Du kontrollierst doch sowieso am liebsten. Nein. Ja. Wir können das auch einfach weiterfahren. Maunzi, das ist meine Katze aus dem Spiel. Die kann nichts dafür. Nee. Oh. Tachin. Du hast so einen starken Blick, Kitty. Was ist los bei dir? Fokussieren. Ich bin auf meine Aufgabe. Fokussieren. Und du blitzest dich einmal. Das ist ein bisschen unheimlich. Aufpassen. Aufpassen. Ja. Stell doch die komischen Hodenwellen hin. Warte, ich habe jetzt fast was Falsches verstanden gerade. Was hast du verstanden? Ich habe gerade Bodenwellen, Hodenwellen verstanden. Ja, habe ich auch gesagt. Hast du sogar gesagt? Habe ich sogar gesagt. Ich dachte, okay. Nee. Ich habe extra nichts gesagt. Das habe ich von Frisches. Die Hodenwellen. Ja, das habe ich von Frisches. Das sagt er immer. Ja. Ich will mich auch setzen. Das geht leider nur beim 21er. Oh, Mensch. Huh. Was machst du da? Ich gehe doch nicht über die Straße. Ja, warte. Ich habe ihn wieder. Oh, das ist gar nicht so hättestellig. Oh, Hans ist zur Familie zurückgekehrt. Nein. Doch. Bleib auf deiner Spur, Junge. Ja. Ui. Ach ja, stimmt. Wenn man ein Ding ins fährt, kann man ja gar keine Rundfahrt machen. Stimmt ja. Doch. Ui. Nee. Ich konnte es nämlich nicht einstellen. Ja, du konntest es nicht einstellen, weil ich schon im Spiel drin war. Okay. Ich habe ihn nämlich gefragt, so, hä, okay. Steht Dirk so? Kann ich gar nicht einstellen? Wo stehe ich hier eigentlich? Puh. Ja. Wollen wir halt gleich doppelt. Aber ich muss ja eh pinkeln. Flusspromenade. Das geht noch. Hopp, 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 hopp. Warte mal hin. Geht das nicht schneller? Ich glaube es ja wohl. Es ist doch ein schöner Tag. Danke, Papa. Für deinen Resta vom 10. Monat. Du hast ja dann ja endlich dein... Wie heißt denn dein Baby jetzt eigentlich? Euer. Was im 9. K? Wie hieß das denn? Es ist euer Kind. Und weiß nicht, wie euer Kind heißt. Du weißt auch nicht, wie unser Kind heißt. Wir haben ein Kind. Wir haben sogar zwei. Was heißen die denn? Ja. Oh, heute haben wir aber viel. Na Hildegard. Ach, die Hildegard warst. Die Hildegard. Die gute Hildegard. Die gute Bummelbahn. Das ist so weit weg von uns. Ja, unsere Strecken gehen leider nicht direkt zueinander. Warum machst du jetzt eigentlich so? Bummelbahn. Die Hildegard war doch gerade der Zug bei mir. Was? Pimmelbahn? Nein. Bummel. Bummel. What? Was denn? Ich kann doch nichts für. Ne, ne. Alles gut. Ich hab's nur vorgelesen. Die Kitty einfach mal so die ganze Zeit am Zittern ist, wenn ich mich dann links oder rechts bewege. Mit dem Bus. Du glitschst dich erstmal durch alles durch. Pass auf, geh nicht zu nah an die Tür. Ryan ist neulich rausgeportet. Ja, da war ich aber zu nah an dir dran. Oh. Also da stand ich zu nah bei dir und bin dann rausgeglitscht. Oh. Oh. Ja, das Spiel wollte das nicht. Unglaublich, verstehe ich gar nicht. So, wir fahren jetzt auch endlich mal das alte Sägewerk an. Nächster Halt. Altes Sägewerk. Ja. Oh. Du kommst gar nicht so lustig rüber. Tut mir leid, Ryan. Die stand aber auch extrem nah daran, dafür kommst du nichts. Tut mir leid, Ryan. Die stand ultra nah am Ding. Ist los, rein mit euch. Wir müssen weiter, wir sind ein Fluchtwagen. Hopp, hopp, hopp. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ryan. Ryan, dann nachher Füllchen konnte dafür nichts. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Warum schafft ihr das alle? Die Fahr war aber wirklich sehr nah da dran. Ja, du fährst auch 90 Grad Winkel da rein. Ich hab's gesehen, wie du reingefahren bist. Ich bin da überhaupt nicht. Das war kein 90, das war nur 180 Grad Winkel. Ja, doch schlimmer. Warte mal. Da geht gar nicht. Jetzt hätte ich mich drehen müssen und in der perfekten Landung wieder. Nächster Halt. Naja, noch so viel im Plus. Echt? Ja. Ah, gut. Mit 16.000. Wie haben wir das denn geschafft? Warum fährst du eigentlich auf der anderen Fahrbahn, du Jürgen? Wenn du mir jetzt reinfährst hier, ne? Unglaublich, dieser LKW. Immer die LKW-Fahrer. Warum wurde da schon wieder ein Clip gemacht? Versteht. Wer hatte die Unverfrorenheit, da ein Clip zu machen? Bitte wer? Zum Glück hab ich die Cam nicht an, ne? Da kann keiner Clips machen. Wer macht denn sowas? Ja, keine Ahnung. Bei meinem Gameplay, da will niemand Clips machen. Da würde man nur Clips machen wegen der Cam. Aber die ist ja nicht da. Die haben ja echt mal gerockt. Zum Glück. Bei mir macht man Clips wegen meiner wunderbaren Fahrweise. Ja. Ja. Verständlich. Ich finde die echt gut. Mhm. Okay. Wie sieht's bisher noch nichts passiert? Was glaubst du? Wieso könnte jetzt jemanden was im Bus vergessen? Nee, ist so gar nix. Oh nein! Wir sind nur im Plus. Ob Halbert weiß, auf was er sich hier eingelassen hat? Er fällt doch nicht besser. Weißt du nicht. Vielleicht hat er heimlich geübt. Als ob er heimlich geübt hat. Das wüsste ich. Kann ja gucken, wie lange er gespielt hat. Jetzt kommt der super tolle Kreisverkehr. Ich hasse Kreisverkehr in diesem Spiel. Da liegt ein Schild. Wo? 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 Aber du fährst halt wirklich nur einmal. Ich fahr halt und fahr halt wirklich. Ja, ich konnte es halt leider nicht einstellen. Ich habe alles abgestimmt. Ja, ich glaube auch, dass es lustig wird. Ich freue mich schon, wenn Mappa nachher mitspielt. Das wird auch lustig. Das wird mit beiden Lust. Das ist alles allgemein lustig. Ich möchte Mappa dann aber auch auf dem Wanderweg da, ne? Müsste ich auch sehen. Wir schicken alle auf den Wanderweg der Pandas. Oh, ich denke, das ist immer so. Ja, hier läuft doch flüssig. Es ist rein. Obie, erst lache ich in Ruhe. Das ist okay. Ganz böse. Oh, ich glaube, ich habe nachher noch einen Termin. Nächster Mappa, da mussten jetzt alle durch. Und schön in Rundfahrt, ja? Alle sind die Strecke gefahren. Ihr beide habt halt nur Pech. Ihr fahrt halt nicht direkt mit den ersten Strecken. Ihr fahrt jetzt in der Mitte mit. Ja. Die anderen konnten sich ja jetzt noch einfahren. Ihr habt ein Pech und fahrt jetzt schon mit die großen Strecken. Das ist toll. Das passiert halt, wenn man so spät fährt. Der Anfänger, also der anfängt mit zu fahren, der hat es am leichtesten. Ja. Ich konnte nur gar nicht hin. Hey, irgendwer hat was vergessen. Da hat wieder wer was im Bus vergessen. Warum auch immer. Immer durch Gewalt. Ach, okay. Warum vergessen die immer alle auf was? Oh, no, 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 no. Hallo, Taufi. Verdammt, dann hätte ich den Plan anders machen sollen. Ja, das ist du Mappa. Alle jetzt ausstrengen. Hallo, Albert. Und warum? Ich fahr gut. Oh. Was soll das jetzt? Was soll das jetzt? Danke. Ich fahr richtig zu. Ich brauche eine Fahrkarte. Der Streberin. Was willst du denn jetzt von mir? Ihr Streber? Oh, ich habe zu viel Wechselgeld rausgegeben. Brian macht mich Fruchtbar. Hallo, Mazuna. Das ist doch eine Fahrkarte, bitte. Ja. Ne, Mensch. Hey. Böser LKW. Ganz böser LKW. Werd schon wieder gemobbt, ja. Wieso? Ja. Da wird gedacht, ich soll schlecht fahren. Aber dabei fahr ich gar nicht schlecht. Ich verstehe jetzt ein bisschen doof. Ja. Aber da kann man dann vorbeifahren. Was wäre es? Ich fahr nicht so schlecht. Ich würde eh mir nicht ganz so schlecht fühlen, wenn ich so scheiße fahre. Wir sagen einfach, du hast mehr Übung gestohlen als wir. Habe ich auch. Wie gesagt, ich habe das Spiel auf dem Playstation gespielt. Äh, Ryan fährt besser als der Rest der Chaoten. Wie. Wie. Siehste, Mazuna sieht das auch so. Hey, ich habe aber immer noch 20.000 plus gemacht, trotz dass ich im Fußgänger angefahren habe. Ja. Oder wir. Ne? Ich war selber dann schuldig, dann fiel es in einer Straße. Ja, siehste. Ich habe nichts verstanden, mein Run war sehr laut. Oh, schön. Wirklich schön. So. Dann mache ich. Ich bin jetzt immerhin auf dem Rückweg. Dann gehe ich jetzt aufs Spielbänden, damit Hybrid gleich reinkommt, ja? Ja. Äh, Hybrid, ich lade dich gleich ein. Ich gehe ganz schnell Pipi machen. Und dann lade ich dich sofort ein. Kannst aber schon mal ins Voice dann hüpfen sofort. Direkt, wenn Kitty raus ist. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich bin raus. Ciao. Danke fürs Mitfahren. Gerne. Hä? Okay. Habt ihr schon eingeladen? Ja. Hopp, 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 hopp. Laut. Miau. Miau. Geht's dir gut? Miau. Okay, also nicht. Okay, dann kaufe ich noch meinen neuen Bus. Beziehungsweise bearbeite ich erstmal wieder welche. Lila als Grundfarbe wie üblich. Und Weiß bitte. Viel Weiß. Oh, das sieht gut aus. Jetzt können wir ja wieder abstimmen. Wer ist für Pink? Ich. Wer ist für kein Pink? Ich. Du darfst dich nicht enthalten. Was? Du darfst dich nicht enthalten. Du musst schon zu einem. Äh, lila. Lila. Lila, schwarz. Ne, ne, die Frage war, wer ist für Pink? Ich nicht. Ich bin für Lila. Lila habe ich auch genommen. Das stand aber nie zur Auswahl. Lila ist in jedem der Busse enthalten. Aber das stand nicht zur Auswahl. Aber Lila sind in jedem der Busse enthalten. Aber in jedem der Bussse enthalten. Aber in jedem der Bussse enthalten. Aber in jedem der Bussse enthalten. Wir haben dich lieb. Das ist eigentlich eine ganz, äh, ganz komische Frage. Gibt es einen Grund, warum mein Charakter aussieht wie der Joker? Wir werden es nie ändern. Was denn? Was werden wir nie ändern? Was? Wo ist jetzt eigentlich die Haltestelle? Lila. Und? Sie und ihr Lila. Achso. Ja, aber es ist ja mehr Pink als Lila. Ja, aber es ist immer Lila mit drin. Ich brauche. Diesmal hier kann ich tatsächlich nichts für. Ich habe beide Lila-Türen da genommen. Du hast einen Gelenkbus gekauft? Ja, für dich. Ich will den fahren. Ja, darfst du ja auch. Ich habe den extra für dich gekauft. Ja, einen Gelenkbus. Ich habe den extra für dich gekauft. Du kannst mal sehen, wie ich mich um dich kümmere. Ja. Ja. Das ist super. Ja, ne? Du kannst ja schon mal neue Strecken erstellen. Ja, möchte ich gleich. Ich stelle nur noch mal jemanden ein. Ich kann auch zaubern. Krass. Ja. Zaubern? Weil du zaubern kannst. Ich doch nicht. Doch. Okay. Klau, kannst du zaubern? Nein. Doch. Nein. Okay. Und jetzt haltest du neun. Ich stehe es eigentlich schon. Ja, du bist mit drin. Okay. Also. Du fährst als erstes den Wanderweg der Pandas Hybrid. Bist du eigentlich auf einmal so laut? Ich? Aldaria meine ich. Du weißt du nicht? Ich habe nichts geändert. Ich bin auf einmal so voll laut. Entschuldigung. Ich habe nichts geändert. Wer fährt jetzt was? Du fährst den Wanderweg der Pandas Hybrid. Also die 6. Du gehst jetzt einmal auf die 6 und gehst auf Fahrt beginnen. Eigentlich muss die 7 sein. Stimmt. Und ein Bus. Aber das kommt dann ja. Aber nimm bitte nicht den Gelenkbus. Ne, den habe ich extra für Ryan geholt. Damit der glücklich ist. Äh, ich glaube da würde ich nicht mit dem Gelenkbus langfahren, wenn du mit dem nicht fahren kannst. Ich fahr allgemein nicht mit dem, weil ich allgemein mit dem nicht fahren kann. Ähm. Der Gelenkbus fahrt das geil. Da ist ein Schwert drauf, das ist gut. Ähm. Ja, so und jetzt bestimmt Fortstart, oder? Mhm. Ja. Viel Spaß. Auf Gottes Willen. Auf Gottes Willen. Geben. Weiß ich nicht. Frag ihn doch mal. Mhm. Du kannst erst mal die Aufgabe machen und dann kann er ja entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Ach, Masuna. Macht er eh nicht, er hat ja schon Angst vor Gens. Nein. Ah. Nein, scheiße, falsch. Nämlich. Fängt ja schon gut an. Ah lol, da geht's lang. Jetzt wird ja doch angezeigt. Aber guck mal, bei mir sind auch Stangen. Ich habe hier auch in dem Bus schon Stangen drin. De 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 de. Was? Das ist ganz krass. Viele Stangen. Was? Nein, nein. Hybrid muss fit werden, er muss eine der Routen zu Fuß ablaufen. Das Problem ist, wenn du aber keinen Bus dabei hast, du siehst halt die Halterstelle nicht, ne? Nein. Nein. Mein, du könntest halt beim Mitfahrmodus könnte man das machen. Aber ich glaube, da sitzt du drei Stunden dran, bis du mal eine, gefühlt eine Strecke durchgelaufen bist, die eigentlich nur zehn Minuten geht oder so. Nee, das ist ein Darias Aufgabe. Ne, das ist ein Darias Aufgabe. Was? Ne, das ist eine Strecke ablaufen, weil ich sie doch letztens ausgesetzt habe. Achso, ja, das mache ich gerne. Ja, aber er muss fit werden. Ja, aber er muss fit werden. Das, warum muss er denn fit werden? Was hat denn, was hat ein Hybrid jetzt schon wieder gemacht? Okay, und noch einer. Das ist die mit zehn Halterstellen. Warum redest du denn nicht mehr mit uns? Weil ich gerade voll konzentriert bin. Oh, das kann was werden. Hä? Warum soll ich mehr reden? Meine Stimme ist dem Arsch. Ja, aber ist ja nicht mein Problem. Hallo? Wir möchten dein Leid hören. Oh, ja. Ihr wollt mein Leid hören? Ja. Ja. Gar nichts. Das ist das ja auch, Masuna. Okay, also wieder. Oku. Siegwalden. Showergrounds. Ich geb mein Bildschirm nachher im Discord frei, dann könnt ihr mein Leid sehen. Oh, ja. Oh, ja. Hybrid. Hybrid. Willst du uns dein Leid zeigen? Will ich das? Ja. Oh, ja. Er will. Okay. 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 Ich bin da. Ich guck mir das an. Okay, ich mir auch, warte. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, ne? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ach, ja. Hallo? Ich komm mit dem Bus um diese Scheißgrufe nicht rum. das wird toll ich war jetzt schon das würde ich mir sogar freiwillig anschauen aber nur keine zeit habt nur keine zeit zu lachen okay habe ich dir beigebracht bei so einer bodenschwelle du hast mich gestern noch gefragt ja was habe ich da gesagt mit vollkarre drüber nein das ist die richtige einstellung genau das das will ich hören schick schick die bitte noch mal in die fahrschule ryan welche hattest du eben welche strecke die sieben die sieben ja okay dann wirst du jetzt mit der acht und ich die sieben beginnen wo ist er wo ist er oder ist ganz ganz hinten gelenk und schon ist immer vollgas für den wogel effekt und was habe ich jetzt auch nicht wenn ich das irgendwie im nachhinein noch mal nachsehen kannst du nicht siehst das aber wenn er so eine hellblaue linie ist ja ist eine hellblaue linie dann hast du okay wenn ich das nicht jetzt auch für den ausgeschaltet habe dann müsst ihr nochmal starten warte mal ich fange schon wieder hier an ich fange nicht beide an der an der dings an oder ja okay ich fange gerade sehr fangen wird am gottes wenn du wenn du der leidenschaft nein Gott, warum geht der Boot hinten so ab? Alter, der ist beim Zucken! Oh mein Gott! Dein Boot zuckt! Hä? Bei mir nicht! Warte! Ich seh es halt nicht, weil ich grad... Da! Oh mein Gott! Dein Boot wird... Oh mein Gott! Das ist bei mir nicht! Ryan! Was tut dein Bus? Der hat ein bisschen Spaß, der schwirkt ein bisschen! Schwirkt, 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 schwirkt! Auf und nieder, auf und nieder! Immer wieder! Äh, nein! Hybride macht euch fruchtbar, Hybride macht euch fruchtbar, was? Was oder was? Der Bus macht euch fruchtbar, der Bus macht euch fruchtbar! Ryans Bus freut sich nicht zu sehen! Der Kleppi-Bus, was weiß, der Bus schwirkt! Ja, der kann schwirkt, ey! Dein Bus freut sich, mich zu sehen! Ja, das auch! Deswegen schwirkt er ja auch! Warte! Oh mein Gott, von innen sieht das... Du fährst jetzt erst ab weiter! Bist du hier drin? Ja, ich wollte mir deinen Bus mal kurz von innen angucken! Ob der von innen aufzuckt oder der hat eben gezuckt! Der zuckt! Der zuckt ja sogar von innen! Der kann gar nicht... Oh mein Gott! Ähm, ähm... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und ich wollte das, ich bin nur ausgestiegen! Ryan! Ich habe nur Zäh gedrückt! Vor allem bei mir bist du doch ganz normal, ne? Bei mir ist alles normal! Ähm, ähm! Wo ist mein Bus? Ähm... Dein Bus steht immer noch hier! Bei mir steht noch nichts! Wo ist mein Bus? Also bei mir steht dein Bus hier noch! Wo ist mein Bus? Oh nein! Der Bus ist... Jetzt ist alles... Ah nein! Dahinten! Oh mein Gott! Was macht ihr? Nein! Dein Bus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sieht aus! Wie von so'n... Ich weiß nicht... Es gibt doch so viele Tiere, die ihren Arsch hoch und runter bewegen, wenn sie sich paaren wollen! So ähnlich sah dein Bus gerade auf! Eine Mille Nuss! Ryan hat einen verschwinde-Bus! Voll kurz! Ruch! Ja, dann passt der Todesbaum-Bus aber perfekt, ne? Das ist der Bus! Ja! Ruch! Oh yeah! Baby-Bus-Bus! Einfach nein! Oh jee! Also... Okay! Ich bin stolz auf mich! Ich hab noch niemanden umgebracht! Das muss ich nachher rausklippen, alter! Oh ja! Ich brauch den! Was? Den Clip! Von Ryan! Ey, vor allem aus meinem Stream! Den clippe ich nachher raus, ne? Das ist ja unnormal! Huch! Warum fahr ich jetzt plötzlich nicht mehr? Achso! Irgendeine Tür ist offen! Huch! Schön! Das war wieder zu viel für heute! Das hat... Das hat... Das hat... Äh... Das hat wieder den... Den... Das Niveau nach unten gezogen! Aber komplett! Schön, ey! Wirklich... Wirklich schön! Jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen, an dem wir am Mittwoch waren! Ja! Können wir weitermachen! Ähm... Wie? Falsche Haltestelle! Tritt doch nicht, Leute! Ja, du bist an der falschen Haltestelle! Hätte es ja geklippt, aber mein Laptop macht da nicht mit, alles gut! Ich clip das nachher einfach raus! Schön, schön! Warum hältst du jetzt schon an, wenn der Fußgänger noch lange nicht auf dem Zebrastreifen war? Hä? Ja, gut! Äh... Okay! Weißt du... Noch gar nicht den Zebrastreifen betreten, ne? Hält aber schon an! Wieso kriege ich denn jetzt die ganze Zeit Geld ab? Du gehst doch gar nicht! Mit Verarschen! Hä? Ich fang gleich neu an, die Route! Das geht so nicht! Ich weiß mal, ob ich den... Den Ziehharmonikabuster nicht genommen habe! Hä? Ich verstehe es nicht! Der Bus ist halt einfach mal so mega verpackt! Hier, klar! Ja, warum? Ich weiß nicht! Na klar! Hier, bitte! Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen... Niemand! Absolut niemand! Reins Bus! Twerk! Da kam gerade wieder der Beethoven-Witz! Ja! Da kam gerade wieder der Beethoven-Witz! Ja! Ja, Salami! Da müssen sie nicht einfach, wenn etwas vor ihr ist! Was? Warum denn? Den versteht er nicht! Ja, ich... Ne! Nein! Nein! Ne! Das frage ich jetzt nicht! Doch! Frag doch einfach! Ja, ich weiß nicht! Das steht auf Würstchen! Was? Was? Ne! Das ist ja noch nie! Äh... 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 Der hat nix gerade gemacht! Der LKW! Äh... Ja! Uah! Fahrt auf weiter! Weißt du, kaum das Hybrid da funktioniert hier gar nicht im Spiel, wie immer! Hallo! Ihr hätt das Spiel kaputt gemacht! Gut, geh ich halt wieder! Nein! Nein! Ihr habt eh eh keinen Spaß! Doch! Wir haben sehr viel Spaß! Wir haben hier eine Menge Spaß hier! Wir haben noch so tolle Strecken für dich! Merkst du denn nicht, wie sehr wir lachen? Ja, über mich! Asiatische Nudeln aus der Hose ist halt da jetzt Lieblingsessen! Oh, ja! Ich habe gerade über meinen Bus gelacht, der... Warum kriege ich jetzt schon wieder 1049? Für was? Hier ist doch gar nichts! Vielleicht hast du ein Auto gerammt! Nee! Da war nichts! Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich fahr abbrechen! Ich fange jetzt neu an! So nicht, mein Freund! So nicht! So nicht, mein Freund! Welches... Warte! Äh... Bambus! Ja! Bambus? Mh? Mein Bus ist zu lang? Mein Bus ist nicht zu lang! Mein Bus ist super! Ryan hat einen langen Bus! Oh ja! Gut, ich war klar! Selbst die Busse haben schon real allergische Reaktionen! Ja! Ja! Die reagieren allergisch auf mich! Hey! Hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar! Oh ja! Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft war gut! Nächster Halt! Nächster Halt! Nächster Halt! Ohhhh! politician Bis zum nächsten Mal.